Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK SURVIVAL ASCENDED, ich wollte schon Evolved sagen. So, ja willkommen zurück. So, wir haben einen Säbelzahnzieger gezähmt, letzte Folge. Das ist genau zwischen der letzten Folge und dieser Folge jetzt ist er aufgewacht. Also ich hatte ihn am Ende der letzten Folge noch bewusstlos gekloppt und ein bisschen gefüttert und dann ist er plötzlich wach gewesen. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken hier. Wo kann ich denn den benennen? Behaviour, Options, Spey, Export, nee, Change Name. Äh, Moment, jetzt muss ich mal gerade nochmal gucken. Ist das jetzt ein Männchen oder ist das ein Weibchen gewesen? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Äh, Sabertooth? Ist egal. Wir nennen ihn jetzt Jule. Äh, wo war das? Options, Change Name. Wir nennen ihn jetzt Jule. Oder wir nennen ihn Jules. So. So, dann passt beides. Ähm, Behaviour, Disable Following. Ne, der soll uns schön hinterherkommen. Na komm. So. Ich habe noch 2, 3, 35.000 Kristalle gefarmt. Die waren hier oben irgendwo noch dazwischen. Und, äh, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal hier zu Darko runter. So. Jetzt müssen wir halt gucken, wie man hier vom Berg runterkommt, sodass der Säbelzahn-Kollege auch unterherkommen kann, ne? Wir müssen auf jeden Fall nach Süden. Ja, der hat auf jeden Fall einen coolen Sound. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Okay, da müssen wir uns dann halt merken, dass wir hier zu dem, äh, zu dem, hier zu der Felsspitze müssen wir, äh, für die Kristalle und so, ne? Wenn wir davon nochmal welche brauchen. Kommt der mir denn da her? Wo ist er denn? Ach, da unten. Genau unter mir. Alles klar. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Macht dem Säbelzahntiger nicht viel, ne? Der hat wahrscheinlich gut Kondition. Würde ich jetzt mal tippen. So, sind fast 2 Kilometer bis heim. Also, ist es halt, müssen wir jetzt halt, müssen wir jetzt durch. Was ist das? Joa, geht gut ab. Aber er hat auch schon ein bisschen was eingesteckt hier, der Kollege. Er hat auch mal Punkte. Hier, machen wir mal ein bisschen was auf Helds. So, er heilt sich da gerade hoch. Huch! Oh, Säbelzahn beißt Säbelzahn. Okay, alles klar. Alles klar. Interessant. So, da machen wir mal einen hier auf, äh, Milli-Damage. Milli-Damage ist immer gut, hä? So, okay. Er ist ganz schön angenockt, ey. Nicht, dass er mir jetzt hier krepiert. Der muss sich unbedingt hochheilen. Also, langsam heilt er sich ja hoch. Er hat Bogen in der... Er hat zwei Bögen. Hä? So, wegschmeißen. Hier ein Speer. Hier eine Hose. Bären. Soll der Kollege damit bären? So, den Rest lassen wir mal da drin. Ich könnte auch ein bisschen was wegschmeißen. Hier sehe ich gerade. Die Pilze, die hebe ich mal auf. Was essen können wir mal. So. So sollte das einigermaßen passen. So, ein bisschen Gewicht darüber. Die Steine noch droppen. Na ja, ist schon wieder halbvoll. Was hat er hier so im Inventar? Droppen. Das nehmen wir uns mal. Das kann man droppen. Die Fälle nehmen wir noch hier rüber und packen die hier bei ihm rein. Oh, sieht doch gut aus, ne? Auch er ist ja auch ganz schön stachelig, mein lieber Mann. So. Ach so, Dago steht nicht auf Following, ne? Behaviour enable following. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Okay, cool. Dann haben wir ja Kristalle. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier einigermaßen heilen Fußes nach Hause kommen. Überall diese kleinen Raptor. Überall ist hier was los, ey. Das ist so geil, das ist der Hammer, ey. Das ist einfach der Hammer, das Teil. Oh, ich sehe Labellos. Unten fallen einfach Bäume um. Äh, da schwänzelt schon wieder irgendwann im Wasser rum. Hm. Wie kommen wir denn jetzt hier runter mit dem Säbelzahn? Kommt der hier runter? Oh, ja, er ist, er ist, äh, alles klar. So, dann müssen wir gerade hier irgendwie durch den scheiß Gsumpf hier durch. Katzen mögen ja Wasser nicht wirklich, ne? Also manchmal schon, aber meistens halt nicht. Oh, ihm ist das egal. Die Riesenschlange. Okay, alles klar. Alles klar, ist, äh, kein Thema. Luchs und Schnarchi sind da hinten. Alles klar. Na, dann gehen wir mal weiter hier durch den Sumpf. Wollt schon immer durch, zu Fuß durch den Sumpf gehen. Eines meiner Lieblings-Hobbys. Er ist ganz schön aggro, der Kollege. Der hat gerade echt meinen Säbelzahn kaputt gemacht. Kann ich dein Ernst sein? Your Sabertooth was killed? Ey, verdammte Kacke. Mist. Item Cache. Ey, so ein Shit. So ein Shit. Mist. Na gut. Das war ein kurzes Unterfangen mit dem Säbelzahn-Tiger. Na, ist nicht so schlimm. Wir holen uns einen neuen. Bei Gelegenheit gehen wir ihn auch nochmal hin, dann holen wir uns einen neuen. Scheiß Sumpf, ey. Scheiß Kräuten. Schade. Schade, schade, schade. Ich hab mich so gefreut auf die Katze. Vom kleinen Stubentiger. Naja, gut. Ja, der hat halt auch die ganze Zeit irgendwie gerade damage bekommen. Der war halt, der ist halt auch auf alles drauf, ne, direkt. Ich mein, klar, der war ja so eingestellt, ne. Der ist halt auf alles drauf, was ich angegriffen hab. Und er war schon angenockt und dann kamen da fünf Kröten an. Ey, da hat er keine Chance mehr gehabt. Mist, 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 Mist. Aber ist nicht so schlimm. Also wir haben halt, äh, wir haben gut gefarmt in der letzten Folge. Mit den Kristallen und so. Da haben wir richtig zugeschlagen. Von daher könnten wir uns jetzt dann mal irgendwie diesen, äh, ich hoffe mal, dass wir uns jetzt diesen Fabrikator da irgendwie bauen können oder so. Was hab ich denn da? Ich hab irgendwie, ich glaub ich hab ein Blutegel an der Backe, wa? Kann das sein? Wollen wir grad noch hier in das Ding reingucken, wenn das schon mal hier unter uns ist, ja. Wo ist es denn? Ach, das dauert noch eine halbe Stunde, bis das hier ist. Hm. Naja, gut, nicht so schlimm. Komm her, Dago. Dann landet er hier unten. So, ist er nicht mehr weit bis heim. Dann gucken wir mal, ob wir da diesen Fabrikator oder so irgendwie gebaut kriegen, endlich. Da wäre ich ganz froh drum. Wenn wir mal irgendwie noch mal was Neues haben, ein bisschen weiterkommen. Wie krieg ich denn diesen Egel da von der Backe, den ich da unten hab? Da hab ich doch so einen Debuff. Sieht aus wie ein Blutegel. Den müssen wir mal irgendwie wegkriegen. Ganz schön warm hier. Na toll. Zwei Meter vor der Heimat war keine Ausdauer mehr. Super. Super. So, er hat noch ein bisschen Fleisch in der Tasche. Das ist schön. Ähm, Opsi. Ihm geht's gut. Ihm geht's gut. Ähm. Ja, Punkt. Okay. Warum war der da so im... Hahaha. Seine Datei wieder schüttelt. Ey, geil. Warum war der gerade so eingesunken, ey? So, okay. Pass auf. Was haben wir hier? Das ist Metal und das ist Obsidian. Obsidian kommt hier hin. So. Metalle. Kommt hier zu Erze. Dann brauchen wir hier noch einen neuen Schrank. Gifte. Dann machen wir hier jetzt Kristalle rein. Krista, sozusagen. Brauchen wir ein bisschen Stroh. Und irgendwie ein paar Vasern und ein bisschen Holz für ein Schild. Ich weiß es nicht genau, ob wir da brauchen. So. Hier Crafting. Sign. Machen wir mal eins. Und dann machen wir hier Scribbles, small wood sign. Ja, alles klar. So. Und dann... Äh... Äh... Switch to lock rotated. Was? Nein. Achso. Ähm... Z-Text. Kristalle. Accept. Äh... Scribbles. Äh... Sign size. Ja, nimm mal den da. Und... Bond size. So. Sehr gut. Wunderbar. Herrlich. Ähm... Was haben wir jetzt noch hier? Wir haben noch... Keratin. Wir haben... Was ist das hier? Öl. Okay. Öl. Krude Öl. Leash Blood Resource. Oh Gott. Silica Perls. Oh. Wo hab ich die denn her? Die brauchen wir ja auch. Für irgendwas haben wir die gebraucht. Aber ich weiß gerade nicht wofür. Ich weiß gerade nicht mehr wofür. Ich seh das schon. Komm, wir brauchen mehr Schränke. Ähm... Hier würde ich mal... Äh... Schitin und Keratin lagern. Auch mehr von den Schildern. Sign. Sign of the Hammer. Äh... Craft amount. Zehn Stück. Danke. Und hier würde ich vielleicht mal... Ja, keine Ahnung. Alles mögliche. So... Allgemeinressour... Ich weiß nicht genau, was allgemeinressourcen so ist. Hier... Kein Plan. Hier die Fälle können da rein. Nee, die Kralle kann da rein. Ähm... Ähm... Keratin und so. So... Äh... Wollen wir mal hier auch noch reinziehen. Das geht gerade nicht. Mann. So... Z-Text. Keratin. Schitin. Schitin. Scribbles... Äh... Science Size. 0,5. Front Size. 2. Nehmen wir den. So. Geht gerade. Sieht ein bisschen kacke aus. Scribbles. Front Size. Und hier... Da machen wir dann alles mögliche. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da... Das schreibe man... Da schreibe man einfach irgendwie... Da schreibe man irgendwie... Allgemein. Oder sowas. Ich weiß es nicht. So wie in Seven Days. Allgemeines mit Kuh. Ganz wichtig. Akkelgemeines. So. Kribbels. Äh... Front Size. 2. Science Size. 0,5. So. Sehr gut. Wunderbar. Und dann schmeißen wir das noch da rein. Und das. Hm. Jo. Okay. So. Jetzt nochmal zu unserem... Zu unserem Ding. Was wir eigentlich mal ursprünglich machen wollten. Ähm... Nämlich... Das Ding hier. Tracken. Wir brauchen... Das. Wir brauchen 10 mal von dem komischen Öl. Wir brauchen das. Wir brauchen hier von was. Wir brauchen hier von was, ne. Und dann brauchen wir noch 35 von den komischen Barren da. So. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ähm... Das heißt... Fabricator. Fabrikator. Äh... Das da rein. Das. 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 Und das. Bumm. Sehr schön. Ich würde fast vermuten, dieses Teil braucht Strom. Um den jetzt zu betreiben. Ich würde fast vermuten, das Ding ist verdammt groß, um es hier reinzustellen. Nur mal so nebenher bemerkt. Ach du heiliger Bimba, meh. Warte mal. Ich muss mal kurz umbauen. So. So, ne. Poison Grenade. Power Generator. Aha. Da brauchen wir Elektronik für. Hier können wir auch das Gewehr bauen, siehste. Hier können wir auch die Scuba... Äh... Tauchausrüstung bauen. Power Generator. Woher kriege ich denn dann Electronics? Oin, 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 oin. Jetzt. Bei... Elektronik. Oin, 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 oin. Elekt... Nee, 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 nee. Hm. Ja. Elektronik. Da brauchen wir die Silica Pearls für. Only be crafted at Fabricator. Aha. Blöde ist, ich glaube, wir haben nur zwei Silica Pearls. Die haben wir durch Zufall gefunden, ne. Wir haben genau zwei. So ein Shit. So ein Shit. Hm. Das ist jetzt doof. Wir bräuchten mehr von den Silica Pearls. Ja, nützt es wohl nix, wa? Dann müssen wir wohl mal wieder los, ne? Dann müsste ich aber vorher mal hier mein Kram reparieren. Da komme ich ja sonst, äh... Ja, das ist Missy. So, warte mal. Dann kann ich doch jetzt hier sagen, ich nehme mal hier meine Axt. Repair. Repair. Vielleicht sollte ich mal den Knüppel da hinlegen und den Speer auch mal hier hin. Oder vielleicht sogar, äh... Mit dem Speer da hin und den Bogen da hin. Und das da hin. Macht irgendwie mehr Sinn, ne? Okay, so, was sagt unsere Rüstung so? Ist noch halbwegs tauglich, ne? Kann man, kann man auch mit arbeiten. Okay, das heißt, wir brauchen mehr von den Silica Pearls. Wo haben wir die jetzt bekommen? War das bei den Kröten? Oder wo habe ich die jetzt hergehabt? Ich weiß das nicht. Die waren plötzlich einfach da, ne? Irgendwo sind sie hergekommen. Aber ich habe keine Ahnung, woher... Nein, das sind keine Barren. Das sind Barren. Nein, haben wir nicht. Okay, Holz. So, und das Fleisch. Joa, ne? Wie viel haben wir noch? Wir haben noch neunmal... Ich muss mal gerade hier raus an mein Kochfeuer gehen. Das sind noch 38 drin, dann nehme ich die mit. Das sind auch noch 192. Ach, du heiliger Böhmberme. Die sind vergammelt. Das ist auch. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen Holz holen. Wir schmeißen das einfach nochmal an. So. Dann lassen wir das einfach hier durchbrutscheln. Dann nehmen wir hier das gute Fleisch. Warum bin ich fast tot? Kann mir das jemand erklären, warum ich hier gerade am Verrecken bin? Wahrscheinlich wegen dem Scheiß Dingsbums da, ne? Ich dachte gerade, wo kommt die Musik her mit dem harten Beat? Aber ich bin am sterben. Das ist ja super. Wo war denn Show Debuffs? Show Buffs leeched. Get it off. Is slowly being drained. Ja, aber wie kriege ich es denn off? Ja, der hängt jetzt hier. Das sieht ja cool aus. Aber wie kriege ich ihn denn weg? Ich beichere mal gerade ab. Nur so zur Sicherheit. Wie kriege ich den denn weg? Tracking Tab Dino Group. Nein. Tribe Manager. Ne, der ist das auch nicht. Cosmetics. Nö. Buffs. Get it off. Ja, aber wie kriege ich den denn off? Ich habe keine Ahnung, wie ich den wegkriegen soll. Ach, Mann, ey. Das ist doch doof. Toggle Tooltips. Das ist ja schön. Das ist ja richtig gut. Get it off. Dass er weg muss, ist mir schon klar. Aber wie? Woher soll man das denn wissen? Vielleicht, wenn ich ins Wasser gehe oder so. Oder ich weiß, ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, wie ich das Ding wegkriegen soll. Absolut nicht. Da stehst du hier wie so ein Ochs vorm Bärsch, ey. Wir hatten doch irgendwo... War das hier? Nö. Hier? Nö. Wir hatten irgendwo... Das hier. Keine Ahnung, was das macht. Aber das hat schon mal geholfen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Scheiß... Dings da wegkriegen soll. Gibt es da irgendwas? Von Ratio Farm. Leaping Bag. Gibt es... Können wir irgendwas in den Mörser machen? Bug repellent. This girl makes you nearly invisible to bugs, bats and spiders. Just don't attack them or get too close and they'll ignore you. Okay. Und Spinnentarn getöns. Narcotic. Simulant. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding da wegkriegen soll, ne? Rare Mushroom. Ingesting it would be... Ja, okay. Ich... Äh... Hab keinen Plan. Ganz ehrlich. Ich habe keinen Plan, wie wir dieses Ding da wegkriegen sollen. Weil es auch nirgends steht. Wir haben doch hier so eine komische Enzyklopädie. Leech. Ja, toll. The Island. Borged Earth. Genesis 2. Unlocked Nodes. Elena Walker. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich lasse mich jetzt sterben. Was anderes fällt mir gerade dazu nicht ein. Das ist der beste Tooltip, den ich je gelesen habe. Get it off. Ja, alles klar. Das wusste ich auch selbst. Aber, äh... Wie? Und wo man eventuell gucken kann, steht nirgendwo dabei. Dann sterbe ich jetzt halt. Na gut. So. Dann, äh... Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Bis dahin bin ich auch gestorben. Dann ist das Ding da hoffentlich weg. Ähm... Und, äh... Ja, dann... Schauen wir mal. Ich speicher hier noch einmal ab. So. Und, äh... Dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Also. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.